Viele Grüße aus Hamburg, HafenCity. Und unsere heutige Aufgabe lautet... Barfuß! Kalt! Es war doch kein Schnee mehr. Aber es ist starker Wind. Das ist der Schutt, der gestern Abend für angespelten worden ist. Egal! Hier, YOLO! Parcours! Also nach dem Training heute Abend möchte ich auf jeden Fall noch mal in HafenCity. Um mir das alles anzugucken. Um mich nicht auf den Boden zu stehen, weil es so kalt ist. Oh, Scheiße! Ich behalte sie noch ein Weilchen an. Ja, tu das. Weil ich ein Angsthase bin. Und was meinst du? Ist es im Rasen besser? Auf dem Rasen? Ähm... Naja, es fühlt sich dauerhaft so an, als würdest du auf Scheiße treten. Also von daher... Guck mal, das steigt richtig schnell! Also ich bin jetzt seit zwei Minuten barfuß und fühle meine Beine nicht mehr. Oh, es hat gerade geblitzt. Und es schneit. Schönes Krisenwetter. Wir sind Hamburger. YOLO! Ey, es hat die erste Treppenstufe erreicht. Es... 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 Ich fühle meine Füße nicht mehr. Ich habe auch noch nie Barfuß-Parcours gemacht. Der Grund ist... Äh... Mittelfußlandung. Beziehungsweise... Ich war nie gut in Prezis und ich konnte mich nicht darauf verlassen, um auf die Zehenspitzen zu landen. Deswegen habe ich gedacht, ich verlasse mich auf meine Schuhsohle. Weil wenn ich mit so einer Sohle auf Boden lande... Ja... Dann tut einem mittelfußens Landung nicht weh. Oh, scheiße ist das kalt! Wuhu! 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 Alter! Das nenne ich mal eine Akrafe! Wuhu! Alter! Ich fühle meine Füße nicht mehr. Das ist das schnellste Gasputter Gartenplatz. Ja. Ich fühle meine Füße nicht mehr. Warum? Ahhhh! Fliegt sie auf dem Bordstein. Das war eine Mittelfuß-Landung. Aber ich habe Schuhe an, deswegen tut das nicht so sehr weh. So! Geschafft! Das Ganze... ...probiere ich jetzt ohne Schuhe. Schön kalt! Schön warm, ne? Ja. Streck mal deinen Fuß ins Wasser. Ich habe mal gut barfuß parkour gemacht. Man fängt ja an, so das Landen zu üben. So ein Gefühl für den Boden zu kriegen. Aber ich glaube, den habe ich. Dafür tue ich es ja. Erstmal ganz klein. Ich bin Angsthase. Es geht! Okay. Da brauchen wir gar nicht so viel Angst haben. Es ist nur extrem kalt. Ich finde es ist... Ich finde es ist angenehmer als mit Schuhen. Ja, langsam fühle ich meine Füße nicht mehr. Ah, okay. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Der Schnee hat aufgehört. Die Sonne scheint. Das ist auch kein Safety Vault. Das ist kein Parcours. Und hast du jetzt irgendwas festgestellt, was neu für dich ist? Was du nicht erwartet hast vielleicht? Ich hatte es mir viel schlimmer vorgestellt. Ich hätte gedacht, auf den Füßen zu landen. Ich habe ja Angst vor der Mittelfußlandung gemacht. Das ist mir heute nicht passiert. Aber Fuß umzuknicken, mit dem Zeh hängen zu bleiben. Vor solchen Sachen hatte ich Angst. Wenn ich jetzt nur die Baderhose anhalte, dann bin ich da sogar noch drüber balanciert. Auch nur wenn ich ganz auf den Deckel und alles. Das Wasser ist hart. Ein neuer Sport in Hamburg. Ich gehe gleich auch nochmal mit den Füßen ins Wasser, um das Ganze noch ein bisschen... ... und das Ganze ein bisschen abzuspülen. Jetzt habe ich natürlich Angst, dass ich abrutsche und mir irgendwie den Fuß breche oder so. Aber ich muss einfach nur vorsichtig sein. Bist du denn schön aufgewärmt? Sind deine Knochen schön warm? Nein, nein. Aber es wird hier alles angeschwemmt. Ein Stück von der Palette hat gerade eben die Stufe überwunden. Vorne ist jetzt auch unter Wasser. Man sieht auch gerade wieder deutlich, wie innerhalb von wenigen Minuten... ... vor zwei Minuten war es gerade noch sonnig und warm. Jetzt ist es wieder stürmig und kaum betretbar. Ich muss die Kamera ganz gräntig festhalten. Schuhe zu weit. Was ich jetzt ohne Schuhe das erste Mal sehe oder merke, dass das hier so schön abgerundet ist, kann ich das auch schön mit meinen Füßen drauf machen. So meinst du dann wahrscheinlich. So meinst du dann wahrscheinlich. Wie mit Schuhen. Doch, ich finde den Unterschied enorm. Ja, aber ich habe den Unterschied überschätzt. Also ich muss feststellen, meine Füße sind so taub, dass ich sie nicht mehr spüre. Und das ist eher eine Frage des Abschätzens, wo ich meine Füße lasse, als eine Frage der Präzision oder der Kraft. So und jetzt zum direkten Vergleich. Ja, okay. Also es fühlt sich anders an, weil die Aufstandsfläche größer ist. Aber doch irgendwie nicht. Der Impact ist der gleiche. Also ich muss jetzt abschließend sagen schon, ich habe heute ehrlich dazu gelernt, weil ich habe zwar schon vorher Baphos trainiert, aber nie im Winter. Und das ist wirklich hart, seine eigenen Füße nicht zu spüren. Und gerade wenn man dann irgendwie Präzis macht oder im Animal Walk versucht, die Treppen hochzulaufen, dann zuckt einem dann doch der Schmerz schon durch die Zehen. Und es ist wirklich was ganz Neues für mich. heute geht es darum, ganz Neues für dich zu kämpfen. Und jetzt sind die Töter gaine Pag.